Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich möchte noch mal zurückkommen auf den Mittelteil der Debatte. Wir haben hier zu Anfang einen sehr unappetitlichen Beitrag gehört. Ich muss allerdings auch sagen, dass die Beiträge der Kolleginnen Jelpke und Polat uns in der Sache auch kein Stück weitergebracht haben. Ich sage Ihnen das so deutlich. Das Stichwort, wir würden mit diesem Gesetz einen Schritt Richtung Urbanisierung gehen, finde ich, ist unsäglich. Ich sage Ihnen das ganz ehrlich, das ist unsäglich. Und genauso abwegig ist die Aussage von Frau Jelpke, das Asylrecht würde verstümmelt. Dazu nur mal ein Datum. Im Jahr 2017 haben wir hier in Deutschland 524.000 Asylgesuche geprüft. In allen anderen 27 Mitgliedstaaten der EU waren es weniger, nämlich 449.000. Das sagt viel darüber aus, wie sorgfältig, wie gründlich und auch wie rechtsstaatsgebunden und rechtstreu wir hier in Deutschland mit unserem Asylrecht und mit dem Flüchtlingsrecht umgehen. Da müssen wir uns von Ihnen, von den Grünen und von den Linken keine Kritik anhören lassen. Und ich sage Ihnen weiter. Ich bin mir sehr sicher, dass wir alle hier, auch die Zuschauer, die heute hier sind, die, die das am Bildschirm verfolgen und die Bevölkerung insgesamt wahrscheinlich weit über 90 Prozent der Meinung sind, dass wir unser Recht so umsetzen sollten, wie es sorgfältig in diese Verfassung geschrieben ist. Das haben übrigens auch die Kollegen Lind und Castellucci zu Recht betont. Deswegen gibt es hier überhaupt gar keinen Dissens. Es kommen Menschen in dieses Land, bei denen stellen wir fest, die haben einen Fluchtgrund, die haben einen Asylgrund. Und da kümmern wir uns um diese Menschen. Wir bieten denen Schutz und wir kümmern uns um das Thema Integration. Und das ist richtig so. Aber es gibt auch Menschen, bei denen wir nach gründlicher und sorgfältiger Prüfung in einem Verwaltungsverfahren und ganz häufig auch in nachgeordneten Gerichtsverfahren feststellen, dass am Ende eben kein Schutzgrund und kein Fluchtgrund vorliegt. Und dann ist es das billige Recht der Bevölkerung in diesem Land. Und ich sage nochmal, ich glaube, dass über 90 Prozent dieser Meinungen sind, dass die dann auch erwarten, dass diese Menschen, die hier kein Bleiberecht haben, dieses Land auch wieder verlassen, Frau Polat. So ist es. Da bin ich sehr zuversichtlich, dass das so ist. Und dieses Gesetz, um Probleme bei der Rückkehr zu beseitigen, dieses Gesetz ist ein Beitrag zur Erhaltung auch des Asylrechts und ein Beitrag zur Erhaltung und zur Stützung unseres Rechtsstaates. Deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass es ein Gesetz ist, wo es dazu Sinn macht, dass wir es heute am Jahrestag unseres Grundgesetzes heute diskutieren. Es passt in diesen Zusammenhang. Und ich sage Ihnen auch, in den Diskussionen, die wir in den letzten Wochen hatten, und ich will das mal an einem Beispiel deutlich machen. Wenn wir uns über Flüchtlingsräte unterhalten haben und was diese Flüchtlingsräte tun, dann sage ich Ihnen ganz klar, wir finden es richtig, dass diese Flüchtlingsräte Flüchtlinge beraten, dass sie sich auch um das Thema Integration kümmern. Wenn dann aber irgendwann festgestellt ist, dass jemand gar kein Flüchtling ist, dass er eben hier kein Bleiberecht hat, dass er hier keinen Schutzstatus hat, dann muss auch diese Tätigkeit dieser Flüchtlingsräte ändern. Und dann haben wir kein Verständnis dafür, dass hier Leute unterwegs sind, die die Betreffenden beraten, wie sie ihre Abschiebung, ihre Rückkehr und anderes verhindern können, sondern dann sind wir der Meinung, dass alle rechtsstaatlich orientierten Kräfte in diesem Land und schon sowieso solche, die aus öffentlichen Mitteln gefördert werden, sich dann stringent um das Thema kümmern müssen. Wie helfe ich diesen Menschen und wie berate ich diese Menschen im Hinblick auf ihre Rückkehr? Das ist konsequent. Dieses Gesetz ist, und damit komme ich zum Schluss, keine Verschärfung des Rechts, sondern es ist ein Beitrag zur konsequenten Umsetzung unserer Asylentscheidung, zur konsequenten Umsetzung unseres Rechtsstaats, damit zur Herstellung des Rechtsfriedens und ich hoffe auch, einen Beitrag zur Herstellung des politischen Friedens. Herzlichen Dank.